Niersbach nicht mehr DFB-Präsident. Wolfgang Niersbach ist mit sofortiger Wirkung von seinem Amt als Präsident des Deutschen Fußballbundes zurückgetreten. Der 64-Jährige zieht damit die Konsequenzen aus seiner Verwicklung in die Affäre um die WM 2006. Ich habe am heutigen Tag die Entscheidung getroffen, mit sofortiger Wirkung vom Amt des DFB-Präsidenten zurückzutreten. Ich habe nicht, weil das Präsidium des DFB oder auch die Versammlung der Regional- und Landesverbände mir das Vertrauen entzogen hätte, sondern weil ich für mich erkannt habe, dass der Punkt gekommen ist, die politische Verantwortung zu übernehmen für Ereignisse rund um die WM 2006, wo ich mich selber nicht in der Verantwortung fühle, wo ich auch selber bis heute sage, ich habe dort absolut sauber und gewissenhaft gearbeitet. Aber es sind Dinge passiert, die auch in den letzten Tagen erst aufgedeckt wurden, die mich dazu veranlassen, zurückzutreten im Sinne einer politischen Verantwortung. Die beiden Vizepräsidenten Reinhard Rauball und Rainer Koch übernehmen die Amtsgeschäfte. Das ist ein bisschen wie ein Abstand. Das ist ein bisschen wie ein Abstand.